Yo Leute, willkommen zurück bei Pokémon Stadium. Heute folgt der Kampf gegen Major Bob. Warum geht der überhaupt hin? Ich kann auch einfach mal ein registriertes... Warum geht der überhaupt hin? Ich kann auch einfach mal ein registriertes Team auswählen. Das wäre wesentlich klüger. Und ja, wir werden hier natürlich erneut mit den unterschiedlichen Trainerklassen vertraut werden, die Major Bob unterstützt. Hier haben wir zunächst einen Matrosen, der überwiegend Wasser-Pokémon einsetzt, auch in den Spielen. Hier haben sie nun die Funktion, natürlich alle Trainerklassen auszufüllen. Denn ihr werdet merken, es kommt keine Trainerklasse zweimal vor. Jeder Arinneiter hat praktisch unterschiedliche Trainerklassen. Drei für jeden. So ist es hier in etwa angelegt. Naja, kommen manchmal auch merkwürdige Verwendungen zustande von Trainern, die es so um den Arenen im Spiel gar nicht gab. Aber gut. Ähm, natürlich, gegen Wasser-Pokémon nutzt sich ein Zapdos am ehesten. Was ich natürlich gerne Regentanz geben würde. Das wäre wirklich eine Attacke, die perfekt wäre, um Lichtschild abzulösen. Regentanz könnte ich wunderbar einsetzen. Aber das dauert noch etwas. Ich weiß ja nicht, ob ich schon die Pläne mehr oder weniger gesagt habe. Aber wenn ich mit der Arena-Burg... Oh. Ups. Aber ja, wenn ich mit der Arena-Burg durch bin, dann... Autsch. Werde ich mir selbst... Werde ich selbst nochmal durchzocken, um mir ein richtig starkes Team zu machen. Das wird dann etwas dauern. Natürlich, aber ich habe ja Zeit. Ich finde es doch lustig, äh... Wenn mir das jetzt Leute schon rummallen und sagen... Ja, Mann, nee. Typ ist voll lebt. Es gibt drei Legendäre. Oh mein König, es gibt drei Legendäre. Ist ja nicht so, als wäre Sims ja da nicht sowieso schon viel besser als Zapdos oder Lavados jemals waren. Meine gut, Zapdos ist heutzutage schon eine relativ große Nummer. Aber Lavados. Wer zum Teufel benutzt Lavados? Ja. Äh... Sorry, aber es ist so. Ich meine, Lavados hatte vierfach Schwäche. Und in dieser Jeans sind einfach Simsland gegen ein viel besseres Pokémon als Zapdos oder Lavados. Warum wird da rumgeheult? Nur weil sie legendär sind. Dann denken wir, Kinder begreift es. Der legendäre Status hat überhaupt nichts auszusagen. Die Statuswerke sind vielleicht etwas höher, aber längst, längst nicht so, äh... Ja, dass es irgendwann einen Unterschied macht. Erstens sind sie nicht unbedingt gut gebalanced wie das Pokémon. Zweitens sind es keine automatisch gute Attacken. Drittens sind es nicht automatisch eine gute Typkombination. All das ist überhaupt nicht gegeben. Natürlich, Zapdos ist ein extra des Pokémons, das hätte ich jetzt nicht dabei. Und Lavados ist eine gute Option als Feuer-Pokémon im Vergleich zu anderen. Aber trotzdem, Leute, das ist doch... Ah, da kriege ich auf einmal Facepalm, sorry. Ähm, aber... Das ist eigentlich auch egal. Ähm... Denken wir es erstmal mit dem nächsten Rennenglass an. Den Rocker, der war tatsächlich auch in der Arena vertreten. Es ist die Frage, welches Pokémon setze ich hier am effektivsten ein. Yogi wäre eine ganz gute Option. Ähm... Ich muss halt aufpassen, denn... Die Vögel, die ich habe, sind natürlich anfällig gegen Elektro, genauso wie Aquatic. Oder gut, Zapdos wäre egal, aber Zapdos kann nichts dagegen ausrichten. Gengar zum Beispiel könnte auch nicht mehr machen als Donnerblitz. Gut, Psychokinese könnte Gengar einsetzen, aber... Also... Ja... Ich habe mich jetzt einfach mal für Sarsenia entschieden. Natürlich Brunenattacken, wenn ihr Godlike, aber... Ihr wisst, ich habe Erdbeben keine meiner Pokémon beigebracht in meinem privaten Spielstart. Und Elektroball wird garantiert zuerst gehen. Ich kann einfach nur hoffen, dass dieser Donner daneben geht. Wie ist es bei mir auch schon, dass das getan hat. Autsch... Hauptsache... Okay, wo ich folge jetzt an? Hauptsache, ich werde nicht paralysiert, aber das... Der Vorteil bei diesem Spiel ist ja, dass es im gleichen Zug... Ähm, wenn man das im gleichen Zug sieht, wie... Man auch getroffen wird, so... Ist die Animation auch viel schneller abgelaufen. Aber ja... Ihr habt gemerkt, Donner... Ist nicht wirklich schlimm. Was natürlich daran liegt, dass... Sarsenia eine Resistenz dagegen hat. Okay, der Vollnäufer war jetzt doch etwas ärgerlich. Aber wie gesagt, liegt eben auch daran, dass Sarsenia eine Resistenz dagegen hat. Was nicht bei allen Pokémon vorkommt. Äh... Quatsch, was glaube ich? Was das einzige Pokémon im Team ist, was diese Resistenz hat. Das wollte ich eigentlich sagen. Okay, gut. Elektroball ist jedenfalls weg vom Fenster. Und wir betrachten das nächste Pokémon, das kommt... ELECTRICT! Ja, hi, mein Buddy. Gucken wir mal, was wir für dich haben. Ähm... Nehmen wir einfach mal noch einen Rass... Okay... Psywelle ist im Glück nicht so stark. Macht, ähm... Eine feste Anzahl von Schaden, was dem Level abhängig ist. Ich habe mich nicht wirklich mit Psywelle beschäftigt, weil sie eine sehr schwache Attacke ist. Aber komisch, weil sie auch von Sabrina gekriegt werden, weil man die stärkste... Psywelle ist nämlich Psywelle nicht von ihr bekommen hat. Aber ja, das mache ich mal mega saugend. Ich weiß nicht, ob es ausreichen wird, aber zumindest werde ich so ein bisschen was zurückkriegen. Psywelle ist... Hm... Muss ich jetzt wieder reinkommen. Und ja, hat zwar Xenia es nicht mehr ausgehalten und ist down gegangen. Hat aber einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Und ihr merkt, ich versuche, ähm... Mit Absicht, Minutus, solange es geht zurückzuhalten. Dass es wieder alle kommt und nur halt... Äh, wie so stark, Mann! Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre es was Schlimmes, alles zu tun... Alle Willigkeit auszuschaffen, die das Spiel einem gibt, um zu gewinnen, aber okay. Der Nachteil bei Gengar ist halt, dass die Genese keine Stab-Attacke ist. Aber das reicht für dieses Electric auf jeden Fall. Und ich denke, beim nächsten werde ich die Kombination Hypnose-Traumfresser ausprobieren. Denn Traumfresser ist stärker als, ähm... Dings. Oh, Magde-Tilo. Ja, Traumfresser ist stärker als Zykonese. Zehn stärker. Gebt mir ja zu dem KP zurück. Gut, ich habe jetzt keine KP verloren, aber trotzdem. Probieren wir das einfach mal. Und ja, beim Magde-Tilo brauche ich noch keine Angst haben. Es war ja noch Elektro zu der Zeit. Kein Stahl. Also das kriegen wir hin. Und der ratzt. Wunderbar. Ja, nee! Fühl dich cool. Okay, nochmal. Hypnose. Oh, Mann. Da könnte man... Ah! Okay, egal. Schlaf. Och, nee! Jetzt nicht im Ernst. Ah! Ja, aber der trifft. Ich meine, gut. Es hat 10% mehr Treffchance. Aber trotzdem. Mann, Mann, Mann. Also nochmal. Und diesmal schlaf bitte so, dass man es ernst nimmt. Aber das war gerade ein Joke. Das war echt ein Joke, muss ich dazu geben. Alter! Nicht dein Ernst! Wie kannst du... Also wenn der jetzt nochmal trifft, ist es Betrug? Genau deswegen. Genau deswegen. Leute heulen immer rum bei diesem Spiel. Aber sie sehen nicht ein, dass das Spiel Betrug ist. Ja, tsch. Ich habe jetzt so mit dem Nudsel verfehlt. Einmal ist er sofort aufgewacht und er trifft einfach 1-2-mal mit Donner. Ja, und schon wieder daneben. Natürlich. Damals gab es übrigens noch keine Fähigkeiten oder sonst was. Ich hoffe, ob ich jetzt owned. Wow! Ich glaub's nicht. Die Attacke ging daneben. Unglaublich. Aber jetzt ist es genug mit dem Scheiß. Jetzt schläfst du und du bleibst schlafen. Sonst fühle ich mich verarscht. Ja. Schon fährt das Spiel, ne? Also. Wer jetzt noch labert. Ich habe es euch jetzt gezeigt. Wenn ihr jetzt nicht glaubt, dass ein Team noch so nicht mehr maximierte EVs hat. Keinster Art und Weise overpowered ist gegen diese Horde von Betrügern. Dann weiß ich auch nicht. Deshalb pisst dich, du dreckiges, dummes Scheiß-Magnetilo. Ja, ne. Jetzt würde ich mich noch mehr Zeit zum Coolfühlen. Ja, ist klar. Wetten, er trifft. Ja, selbstverständlich trifft er. Wie kann man es noch anders erwarten? Das ist immer dieses größere Betrug. Wirklich. Ich laber nicht. Dieses Spiel ist Betrug. Größerer Betrug als die Kampfzone es jemals war. Also das Pokémon-World-Turnier oder die Kampf-Metro. Es ist egal was. Denkt euch alles aus. Ihr werdet nichts finden, was genau so ein großer Betrug ist wie das hier. Deswegen war es mir klar. Deswegen werde ich auch in Zukunft darauf scheißen. Und wenn Mewtwo wichtig ist, werde ich Mewtwo auch einsetzen. Weil ihr merkt, der Betrug... Also, ja. Ich erinnere mich wieder dran. Ich habe mich jetzt einfach diesen dummen, schwätzigen Kommentaren beeinflussen lassen. Aber, ja. Ihr seht's. Ihr seht's. Ihr seht's. Ähm. Das ist lame. Und jetzt wehe. Wehe. Wehe, du schlägst dich jetzt selbst. Ja. Mhm. Stirb. 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 Sag mal. Achso, der greift mal an. Wow. Applaus. Standing ovations, my friend. Du hast angegriffen. Unglaublich. Also, wie gesagt, ähm, ihr seht es. In Zukunft werde ich nie wieder versuchen, das mir wieder abschließt schwieriger zu machen. Wenn ich das jetzt sowas sehe, ich hole einfach... Ich werde Mewtwo rausholen und das machen, was ich machen muss, um hier zu gewinnen. Weil, ihr seht, alsonsten, wenn man dem Spiel eine Möglichkeit lässt, ist der Betrug auf so einer maximalen Level. Das ist einfach nicht zu fassen. Das Beste, ich sag's immer wieder, probiert's mal mit Hornbohrer. Nehmt Hornbohrer, greift hundertmal an, lasst ihn jeder hundertmal angreifen. Das ist die verlässigste Statistik. Ihr werdet nicht mal zehnmal getroffen haben, da geht er bestimmt nur die achtzigmal. Es ist... Ich... Ich... Ich mach keine Witze. Es ist genau so lame. Ohne Witz. So, ähm... Das sieht so am besten aus. Und ja, ich starte das Video, weil es die beste Möglichkeit ist. Ratet mal, Leute, weil ich keine Lust habe, in einen Enddurchstreifen von Betrug zu geraten. Ähm, wie es in den anderen Cups aussieht, da gibt es ja bestimmte Limitationen. Wenn es keine Limitationen wie hier gibt, dann werde ich diese auch nutzen. Falls es jedoch welche gibt, kommt der später in Cups auch mal vor. Ähm, zum Beispiel im Pika Cup oder Minika kann ich natürlich kein Mewtwo mitnehmen, wenn ich dann natürlich andere Pokémon einsetze. Das ist ganz klar. Aber... Da ist dann auch rausgelegt, dass man es anders schaffen kann. Weil ich meine, hier rechnet man ja damit, dass man die größtmögliche Chance nimmt. Aber, ja. So, ein süßes Vulcano. Vielleicht hätte ich bald Glomanerlech amnesieren setzen sollen, fällt mir gerade ein. Ich hatte irgendwie Angst, in einen Feuerwirbel zu geraten, der eine ellenlose Zeit anhalten und mich beschäftigen würde. Daher habe ich mich doch für diesen Weg hier entschieden. Oh Gott. Es gräbt ein Loch. Gucken wir mal, ob wir ihn irgendwie überraschen können. Nee, kein Vogel dabei. Äh, okay, dann werde ich diese Runde nutzen, um Amnesie zu machen. Weil, wenn er sonst nichts... Dann ist meine Spezialverteidigung und mein Spezialangriff stark und... Ja, jetzt werde ich alles auch in was kommt. Komm, wir was da wollen. Gut, das hilft mir jetzt nicht weiter, weil das meine physische Verteidigung angreift. Aber, okay, so. Der Kreis war übrigens... Äh, gut, Gentleman heißt er hier. War, glaube ich, auch ein Major-Bob-Style in der Arena, aber ich weiß nicht. Also, vor allem haben sie sich hier in der Umgebung von Orania City bedient, von der MSN. In der MSN gab es eine Mega-Matrosen und Gentleman. Gentleman, deswegen waren die auch hier in dieser Arena vertreten. Alsonsten, der Rocker war definitiv in der Arena. Wie gesagt, beim Gentleman bin ich mir nicht mehr sicher. Und bei Matrosen, aber ich glaube, die beiden auch. Jetzt, das waren ja drei in der Arena. Aber egal. So, der ist auf jeden Fall weg, weil... Komm, das war Psycho gegen Gift mit Amnesie. Tschüss. Und wir haben es geschafft und können uns einen Major-Bob stellen. Den Elektro-Trainer, gegen den ich ja kein akrobatisches Mittel habe, weil ich eben kein Elektro-Pokémon... Äh, kurz, kein Boden-Pokémon habe. Mit dem ich ihm irgendwie, ähm... Ja, gefährlich werden könnte. Aber... Gut. So, das sieht auch im absoluten Fall für Mewtwo aus. Das soll ich erstmal aufräumen. Ansonsten machen wir das... Ja, wobei... Nee, neuer Fall. Machen wir das... So. Natürlich die Pokémon mitgenommen, die keine Schwäche gegen Elektro haben. Und gleichzeitig auch was die Elektro ausrichten können. Also Mewtwo, Sarzenia und... Ähm... Gängare. Okay. Erstmal schaue ich jetzt allerdings wieder eine Amnesie. Ich denke, dann kann ich hier auch relativ gut durchsweepen. Ob Magnetilat nichts asoziales, was... Ähm, beziehungsweise Magneton. Okay, mit dem Reflektor kann ich hervorragend leben, du. Weil ich greife eh nur Spezial an. Aber jetzt werde ich keine Zeit der Amnesie riskieren. Denn ansonsten... Habe ich ehrlich gesagt vor einer Donnerwelle Angst. Die möchte ich dann doch vermeiden. Kameamea! Boah! Und das war's mit Magneton. Wild umher, furchtelt es und stirbt zugleich. So, nächstes Pokémon... Ist... Ein Magnetilo. Ja, also wenn ich einen Magneton erledigen kann, wird das Magnetilat überhaupt kein großes Problem sein. Wie gesagt, es gab noch keinen Stahltyp. Daher brauche ich mir da auch keine großen Sorgen machen. Auf Wiedersehen. Bam. Und weg ist es. Ja, ich... Mach's nicht ganz so melodramatisch, Magnetilo, bitte. Und... Letztes Pokémon... Ist Raichu. Okay, Raichu ist... Relativ schnell. Also, natürlich nicht so vielleicht zum Mewtwo oder Simpsons oder wie es der Leisende ist. Aber doch nicht so langsam. Äh, auch nicht so schwach wie jetzt andere Pokémon, aber... Trotzdem bleibst du ein kleiner Fisch und wenn es getroffen wird, sollte das eigentlich heute der Tod bedeuten, ja. Also, tschüss, Raichu. Und damit wäre Major Bob Bissi. Yay. Und dass er wieder mit seiner epischen Siegerpose Major Bob geoutt und Urania City wäre geschafft. Und ich hoffe, jetzt wissen auch alle, weshalb ich sage, nutze die Möglichkeiten, die ihr habt zu gewinnen. Ansonsten wird das Spiel natürlich auch suchen und euch betrügen. So, wir haben den Schlüssel zu Erikas Turm erhalten. Und seht ihr das? Die Buchstaben sind richtig. Episch, oder? Weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ein bisschen rumprobiert, aber jetzt passt alles. Aber gut, Leute. Wenn dieser Fall euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Wenn nicht Daumen runter, das nächste Mal geht's hier weiter. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020